Installation RenderMan Wie nutze ich RenderMan in Blender? Wir besuchen die Webseite renderman.pixar.com Klicken auf Get RenderMan Download Next Hier wiederum auf Next Und laden uns das Programm herunter Nach Beendigung des Downloads führen wir das Programm aus Da sich RenderMan jetzt nun auf unserem Computer befindet, führen wir dieses Programm auch aus Mit einem Doppelklick, drücken auf Fortfahren Akzeptieren den Software Lizenzvertrag Natürlich nur, wenn wir ihn vorher durchgelesen haben Wählen den Speicherout aus, falls nötig Geben den Administratoren Schlüssel ein Nun öffnet sich ein zweites Fenster, in dem RenderMan ausgeführt wird Beziehungsweise installiert wird Geben hier unseren Usernamen ein, sowie Passwort Die wir bei der Registrierung erstellt haben Drücken auf Next Klicken auf Show All Und installieren RenderMan Pro Server Drücken auf Next Und warten nun, bis die Installation fertig ist, sowie der Download Wenn das getan ist, drücken wir auf Finish Nun öffnet sich eine separate Webseite Auf der wir Community anklicken Scrollen herunter, drücken RenderMan for Blender Und anschließend auf diesen Link Hier laden wir die ZIP Datei herunter Wenn dieses getan ist, suchen wir nun den Ordner, wo wir Blender installiert haben Bei mir ist es Programme Blender Blender Paketinhalte anzeigen Contents Ressourcen 2.76 Scripts Addons Und dort schieben wir das Plugin herein Schließen das Fenster und öffnen nun Blender Wählen File User Preferences Addons Und geben hier ein RenderMan Setzen ein Häkchen Und lassen die Einstellungen so wie sie sind Save User Settings Schließen das Fenster Wählen hier oben RenderMan Render Geben hier Keep UI ein Und hier DisplayDriver IT Nun sollte man RenderMan in Blender nutzen können Ich wünsche viel Spaß damit bilde